Die United Users Martin reibt die ganze Zeit seine Eier an mit diesem komischen Tisch, das ist echt freudig Wenn ihr noch einen Teil sehen wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da Komm, komm Ich gebe jetzt die härteste Zahl EU für euch, ja Schaffen wir Fucking Ja, Leute, 10 Likes, 10 Likes Wenn wir 10 Likes schaffen, dreht die 2. Teile, wir sehen uns dann im nächsten Video Leute, denkt an die 10 Likes, wir sehen uns dann, tschau